Hast du die ganze Beute bekommen? Ich würd sagen den Professionellen, da kriegen wir vier Skript. Jawohl. Einen lustigen Kommentar, da kriegen wir auch noch ein bisschen mehr. Interaktion ist schon mal ganz gut, also, na, ich würd sagen das Video wird ganz so schlecht. Ja, jetzt fehlt uns genau ein Punkt, das ist natürlich ärgerlich, aber nur gut. Abspann. So, weiter. Das Ganze jetzt zusammenschlippeln. Wo ist denn der neue Auflauf heute? Ja, und weg. Genau. Hm, die sind nicht perfekt zusammengefügt. Richtige Reihenfolge? Das kann man halbwegs besser machen, ne? Kann man das auch so machen? Zumindest hat man dann einen Fluss, ich weiß nicht, ist das denn besser? Farbe zuordnen. Ähm... Ich würde fast sagen... Hintergrundmusik und weicher Fokus noch hochziehen, dann haben wir da recht hohe Werte. Ähm, ja. Versuchen wir's. Neuer Rekord und neuer Rekord und überall neuer Rekord, das muss ja ein halbwegs gutes Video werden. Ah, ich verstehe. Guck mal, wenn ich häufiger Content hochlade, dann sind die User bzw. Abonnenten auch fröhlich. Okay, wir haben nie einen Cat als Kärtchen bekommen. Und, ja, weg. Ich möchte gerne mal hier rein. Karten Intro. Ähm, Intro mit Logo. Nehmen wir das mal rein. Kostet mehr Punkte. Aber ich fürchte, ähm, es sind halt mehr, mehr hier das Skript und Co. Pünktchen dabei. Mörderischer Blick, ähm, ist unser... Achso, fast unser einziges... Ah, ich weiß nicht. Ähm... Äh, die fröhliche... Hallo, fröhliche Begrüßung-Karten-Hauptteil? Fröhliche Äußerung, achso. Ähm, ne, sonst haben wir eigentlich nicht so wirklich was, ne? Hm, wir könnten den Ratschlag gegen fachlichen Kommentar austauschen, aber der kostet echt viele Glühbirnchen. Hm. Okay, Outro. Äh... Verabschiedung mit Kuss könnten wir gegen die einfache Verabschiedung auf jeden Fall tauschen. So, würde ich sagen, passt ungefähr. So, wir können jetzt den Kuss noch fortsetzen. Und sobald das Video oben ist, machen wir auch schon das nächste. Hm. Ey, was, wir haben das... Ey, wir haben uns richtig Gas gegeben. Äh, boah, shit, ey. Hätten wir die Konsole schon gehabt? Äh... Ärgerlich. Die Tage verrinnen echt viel zu schnell. Das ist echt blöd. Ich hab... Ihr wisst es ja, ne? Ihr wisst es, ihr wart dabei. Ich hab Gas gegeben. Ich musste jetzt leider arbeiten, um die Konsole zu kaufen. Gut, ich hätte mir das eine Arbeiten für die 20 Dollar, glaub ich, äh, sparen können. Ob es ist noch der neue 27. Mai-Kollege? Alles noch in, äh, Lot, eigentlich. Ja, ärgerlich. Egal, dann ist das halt unser neues Let's Play, sozusagen. So. Genau. Scheiße auf die Kommentare eigentlich. Ja, Nachbearbeiten war wieder richtig scheiße. Ähm. Ja, enttäuscht mich ein wenig. Finde ich blöd. Na gut. Hm. So, wir gehen mal arbeiten. Äh, was können wir denn... Ok, wir sind zu müde zum Arbeiten. Dann beenden wir den Kurs kurz. Ach, das ärgert mich, ehrlich. Hätte ich... Hätte ich mir die eine, einmal vier Stunden, glaub ich, gespart, dann hätte das vielleicht noch nicht klappt. Mann, Mann, Mann. So, Hotdog... Ok, wir haben doch nicht genug Geld für die Elite wahrscheinlich, ne? 10 Stunden für 50 Dollar und danach kommen wir nach Hause schlafen und nehmen ein neues Gaming Video auf so Gameplay Video starten ärgerlich aber das Preview war gut diesmal waren wir besser von der Auswahl der Kärtchen und wir müssen uns halt ein paar Konsolen kaufen noch Hallo? Einladungskino? Ok. Zack. Aufsteht sie und kein Kino. Filme, Video erstellen. Ah ok, ich hab das nur pausiert. Zum Event gehen, wir gehen einfach so. Aber wir sind... unsere Zuschauer sind enttäuscht, weil wir so wenig Videos hochladen. Wir müssten eigentlich eher viele Videos hochladen. Hallo? Kennen wir uns schon? Hatten wir nicht auch eine Freundin? Sag mal. Kontakte? Hatten wir nicht so was wie eine Freundin? Kann man das irgendwo nachgucken? Ähm... Müsste ja hier sein, ne? Äh... Hallo? Beziehung? Ähm... Ah! Bester Freund? Ok. Ok. Die Marley ist unser bester Freund. Und sonst... Hm. Also... Ok. Marley, alles klar. Der Typ sieht super aus mit seinem gefärbten Schnurrbart. Äh... Ich würd sagen... Mach shit. Ok. Wir haben keine Videos mehr online und... Wir posieren jetzt einfach für die Presse. So. Ja. Geh in den Saal. Ich frage mich, warum da Exit dran steht, wenn es der Eingang in den Kinosaal ist. So. Wohin wir uns setzen sollen. Da wo es schnell geht, damit ich ein Video machen kann. Och, Ische. So, wie lange muss ich bleiben? Ah, eine Stunde. Noch sind wir sogar halbwegs fit für ein neues Video. Enttäuschend sind die Fans. Hm. Äh, die Abonnenten. Oh nein! Ich muss nach Hause. Äh, ich muss echt nach Hause. So. Tschüss. Ja. Ich lasse den Film. Der ist kacke. Okay. Puh. So. Yeah! Wir haben einen Geldauftrag abgeschlossen. Häufig? Äh. Äh. Ah. Play. Natürlich. So. Hm. Ah ja. Stimmt. Das war das Preview-Video, ne? Was wir überhaupt erst getan hatten, äh, gemacht hatten. So. Intro mit Logo. Verballern mal unsere Punkte. Wir haben kein, äh, Zahnrad-Kärtchen. Mist. Ähm. Sarkastisch. Puh. Puh. Feierlich. Jawoll. Ähm. Interaktiver Ladebildschirm. Lustiger Kommentar. Komm. Hm. Mist. Ähm. Achievement bekommen. Ich würde sagen, wir singen ein Röntchen. So. Und, äh, Ladebildschirm. Puh. Irgendwie ist echt die Werte heute schlecht. Ähm. Machen wir dies und hoffen... Ja, komm. Wir haben noch 10. 10 der Glühbirnen. Übergang ins Schwarze. Ciao. So. Noch ein bisschen was gerettet vielleicht. Gleichgültig. Ah, okay. Das heißt, das ist besser geworden oder ist das schlechter geworden? Ich weiß es echt nicht. Ähm. Zack. Zack, 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 zack. So. So. Einmal fröhliches Herumge-ziehe. Hm. Auf jeden Fall ein Titel. Oder... Moment. Wir nehmen das nochmal raus. Wir stellen Kontrast ein. Wir ordnen die Farbe zu. Und dann haben wir schon nichts mehr. Traumhaft. Okay. Das muss, das muss. Neuer Rekord in der Nachbearbeitung. Kann ja diesmal dann nicht schlecht sein. Überall neue Level gemacht. Äh. Nein. Ich stelle nicht ins Key. Autro mit Logo. Auch gut. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Okay. Wir haben es hier bekommen. Haben wir auch einen neuen Punkt hier? Nein. So. Wie sieht es aus mit Essen? Hm. Könnte man, muss man nicht. Wir machen den Kurs. So. Erstmal den Kurs durchziehen weiter. Warum ist da ein Ausrufezeichen? Versteh ich nicht. Ich verstehe so vieles nicht in diesem Spiel manchmal. So, Interaktion für Anfänger. Vielleicht können wir das ja mal durch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020